Was zeigt die britische Teilnahme an der Europawahl, dass Großbritannien nach wie vor Mitglied der Europäischen Union ist? Und das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Es wurde doch von Populisten verkündet, es ist ganz einfach aus der Europäischen Union auszutreten, danach geht es uns besser. Und jetzt hat Großbritannien zweimal beantragt, wir wollen länger in der Europäischen Union bleiben. Wir Europäer sollten hier gelassen bleiben und sollten zeigen, die Europäische Union ist ein Verein, der niemand rausschmeißt. Wir sind eine Gemeinschaft, die jedem, der dabei bleiben will, ihm ist auch möglich dabei zu bleiben. Und solange Großbritannien sich nicht nach seinen demokratischen Verfahren entschieden hat, den Austritt tatsächlich zu vollziehen, sind sie in der Europäischen Union, in unserer Gemeinschaft willkommen. Und nehmen deshalb naturgemäß auch an allen demokratischen Verfahren und auch an der Europawahl teil. Die Europawahl ist mindestens genauso wichtig wie eine Bundestagswahl. Die Europawahl entscheidet zum Beispiel darüber, wer sitzt in Zukunft auf der anderen Seite des Tisches, wenn mit Donald Trump im Oval Office darüber verhandelt wird, ob es einen Handelskrieg zwischen Europa und den USA gibt oder nicht. Jean-Claude Juncker als Präsident der Kommission hat mit der vereinten Kraft Europas es geschafft, diesen Handelskrieg bis jetzt zu vermeiden. Es gibt keine Zölle auf deutsche Autos. Und das wird auch, solange Jean-Claude Juncker da ist, so weiter so bleiben. Der nächste Kommissionspräsident muss die Erfahrung, die Durchsetzungskraft haben, das sowohl gegenüber Donald Trump als auch dem chinesischen Präsidenten, als auch gegenüber Wladimir Putin zu erreichen, stark für Europa zu sprechen, europäische Interessen durchzusetzen und den Kontinent zusammenzuhalten. Darum geht es bei der Europawahl. Es ist deshalb eine absolut entscheidende Wahl. In Europa brauchen wir mehr Demokratie, nicht weniger. Der erfolgreiche Spitzenkandidat wird am Ende vom Europäischen Parlament gewählt werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nachdem das letzte Mal ein Spitzenkandidat ein sehr erfolgreicher Kommissionspräsident geworden ist, dass man diesmal die Uhr der Demokratie zurückdreht. Es ist doch unvorstellbar, dass nach einer demokratischen Wahl jemand gewählt wird, von dem man vorher nicht gehört hat. Wir müssen vor der Wahl sagen, wer danach der Chef der Exekutive wird. Das ist gute demokratische Tradition und das steht auch so in den europäischen Verträgen. Natürlich wird man Koalitionen nach der Europawahl brauchen und ich glaube, alle Spitzenkandidaten, die jetzt miteinander streiten im Wahlkampf, wie das gute demokratische Tradition ist, werden sich dann zusammentun müssen und überlegen, wie finden wir eine Mehrheit. Denn es wird nicht der Spitzenkandidat Kommissionspräsident, sondern derjenige, der nach erfolgreicher Wahl am Ende eine Mehrheit im Europäischen Parlament führt. Aber sicher ist, das kann am besten ein Spitzenkandidat und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Europäische Parlament jemand wählen wird, der sich von dieser Europawahl ferngehalten hat.